guten morgen und herzlich willkommen zu einer neuen folge von shakes and fidget wieder mal typisch auf montag als wäre das auch was besonderes es ist montag so aber wir müssen natürlich hier noch ein bisschen was schon mal machen ich würde ihn zwei mal aufsteigen so ich weiß ich hätte jetzt erst angreifen sollen aber details sehr schön wir haben den raid hier geschafft tatsächlich das ist gut sehr gut edelstein beginnen wir wieder zu suchen wir haben zwar die steine noch nicht wieder voll aber fast und ich habe gestern wieder begonnen die edelsteinmine weiter auszubauen das heißt die geht dann jetzt auf die 64 bald also in fast zwei wochen jetzt blinkt hier wieder was ach so ein anderer spielt auch gerade 3% gehauen ich muss dringend an kraft zu gewinnen das ist ja furchtbar gut habe ich hier geguckt zum kämpfen nein habe ich natürlich nicht das würde aber alles kosten machen wir den mal die ihre weil die ihre brauche ich auch um natürlich mal in der rangliste weiter aufzusteigen wäre zumindest schön das ist gut das ist gut das nehmen wir nehmen wir mit das ist auch gut das nehmen wir erst recht mit aber hallo angriff okay dann haben wir da schon wieder ein bisschen was zusammen bekommen gedreht haben wir erst mal wie das in der helden rangliste und alles läuft für mich ich bin jetzt einen aufgestiegen bin bei 145 das problem ist aber einfach die leute sind stärker sind einfach viel viel stärker ich gar nicht kann ich machen was ich will gleich zappeln was ich will ja oder ich glaube ich sollte den wenn er weiterhin nichts hier hat mal im auge behalten genau da vergleich weil das einzige was ich habe ist mehr als doppelt so viel in schaden aber er hat mehr als doppelt so viel in leben ich hätte eher gedacht dass ich deswegen verlieren werde also oder es war jetzt wieder dieses glück und wenn ich ihn gleich wieder angreifen würde würde ich wieder einfach weg genutzt werden also es ist na gut aber gucken wir mal die gilde unsere gilde steht auf sieben also als rang sieben ist aber kurzer vor sechs hoch zu rutschen also wenn wir gut dranbleiben dann wäre das auf jeden fall möglich auf eins zu kommen oder also die oberen glaube die oberen fünf sind wirklich die übelsten da bezweifle ich leider dass das so klappen wird jo ok ach moment wenn wir noch mehr ranglisten ok bei der festung sind wir bei 333 ja geht besser bin ich aber dran bin ich dran bin ich dann ich schwöre es so pets da sind wir bei 170 da rutsch ich immer hoch und runter wie sonst was ach ja jetzt habe ich halt noch nicht so viele gefüttert also noch nicht so gut da muss ich noch ein bisschen was rein investieren an zeit echt geld nicht also nicht dass ihr das denkt unterwelt überraschung ja wenn man sich so anguckt wie viele irre die haben dann ja muss man das nicht ernst nehmen so das haben wir das haben wir hier können wir gerade noch nicht nachgucken die haben wir in auftrag gegeben sehr schön die andere seite hier holländisch so da haben wir die ganzen seelen wieder wunderbar in neun tagen kann ich das auch wieder ausbauen dann bauen wir das dann also jetzt auf 69 aber dann haben auf 70 mega mega so ach ja das müssen wir natürlich schlucken ist klar das müssen wir hier rein tun wie lange dauert das hier noch doch noch ein paar getränke ja ich weiß ich könnte es schneller haben und so aber nicht das ja und nein ja will ich nein nicht so unbedingt okay das ist mein bevorzugtes was natürlich haben will ja nächstes mal klappt das bestimmt einfach daumen drücken darf gut jetzt haben wir davon zwei wenn er gleich noch mal sagt nichts mal klappt es bestimmt ja schade nicht erhöht auch aber gut schon mal etwas schon mal etwas ich sehe das ja davon haben wir jetzt genug nehmen wir mal holz damit wir davon immer ausreichend haben oder auch nicht gut ja pech muss man ja auch mal haben pech im glücksspiel ne pech im spiel glück in der liebe oder sowas ne oder irgendein schmarrn okay so gucken wir mal hier weiter jetzt komm 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 noch mal erhöhen vielleicht das wäre nett ist nicht nett okay aber gut fast schon eine million gemacht ist das okay das ist hier gar nichts oder ist weiterhin nichts okay ja gut gut jetzt haben wir nur das doppelt dann nehmen wir das dann natürlich auch ja die hälfte hiervon die ich ausgegeben habe habe ich schon wieder drin Nee ne ne כ nie nee oh, schade okay wir haben rein geworfen wir haben da wir haben fünfer glücksrad workspace ja dann muss ich gleich die plimmerkist die ganze zeit scheren Die läuft übrigens jetzt ein bisschen besser schon, seit die überarbeitet wurde, sage ich jetzt mal. Gefällt mir. Auf der Tuch in einer Aufgabe. Schön, dass du vorbeikommst. Ja klar. Gander, du schickst mich wieder in die Hölle. Dann nehmen wir doch das, ne? Habe ich ja nichts gegen. So gar nicht abenteuerlustig. Trink mal ein Bierchen. Man wird zwar bei einem Bier oder zwei Bieren ja ein bisschen lockerer und entspannter, aber wenn man dann ein bisschen zu viel trinkt, dann ist man so entspannt, dass man aber auch nichts Gescheites mehr hinkriegt. Dann wird man nämlich unvorsichtig, tollpatschig und dann verletzt man sich. Also trink nicht so viel Alkohol, ist nicht gut im Leben. Ist nicht gut. Wenn man sich nämlich verletzt, dann ist es gar nicht gut. So. Wunderbar. Haben wir das auch durch? Das haben wir durch, das haben wir durch, das haben wir durch. Guten Morgen. Ähm, hier haben wir hier schon geguckt. Haben wir hier schon geguckt. Ja, wie viel haben wir denn da? 3,5. Ach, da sind wir ja noch weit von unserem Ziel entfernt, erstmal die gleiche Menge hier zu haben. Also, uff. Das wird noch dauern. Oh, oh. Das nehme ich. Den nehme ich auf. Den auch. Den auch. Den auch. Ja. Und wir können wieder was im Kessel werfen. Guten Morgen. Ja. Oh mein Gott, ich kenne das nicht gut. Klingt für mich eigentlich auch so furchtbar, wenn ich das mache. Guten Morgen. Ja. Ja, könnte die Symphonsprechern gewesen sein. Zack. Einmal getrunken. Schon wieder zwei mehr, ne? Bis zum 3.10. jetzt. Ich glaube, jetzt kann ich die Pilze erstmal für was anderes verwenden. Ja. Ja. Endlich mal nicht diesen Mangel an diesen verdammten Tränken hier. Komm, das haben wir weg. Das haben wir weg. Das haben wir weg. Das. Und den. So, und die kommen jetzt hier in die Kasse, äh, in die Bank, Fach, Dinger. Okay. Sehr schön. Haben wir hier erstmal wieder einen. Bis zum 1.6. Gut, dann haben wir ein bisschen Zeit, da weiter welche zu finden. Das heißt, wir haben jetzt die entspannte Aufgabe, unsere Intelligenz zu erhöhen. Wunderbar. Das haben wir getan. Dann gehen wir zu den Pads und füttern die. Wie es sich gehört. Ne? Wenn man was hat. Und noch einmal Wasser. Oh, der ist auch bald fertig mit 200 dann. Cool. Das ist cool. Okay, Licht. Dann nehmen wir erstmal Schatten. Meine Stufe war höher. Ne? Die Gesamtstufe war um 300 oder 200 oder sowas höher. Schatten ist das Padent von Licht. Ja. Trotzdem nein. So, nochmal hier einsammeln. Gut. Und zwar habe ich fleißig gekämpft in der Wirbelwindsturm-Dungeon-Abschnitts-Ding-Star-Boom-Star. Und bin jetzt bei 200, äh, 802. 200. Gott. Das will nochmal 604 von vorne machen. Ne, danke. Ähm, ja. Ja, 198 noch. Dann bin ich bei der 1000. Ich hätte nie gedacht, dass ich so schnell so weit komme. Also ich habe letzte und vorletzte Woche echt viel Fortschritt gemacht. Und jetzt werde ich natürlich demonstrativ verlieren. Haus hoch. So nebenbei. Obwohl ich den nämlich auch schon immer ganz knapp habe manchmal. Das ist absolutes Random hier. Es ist... Es macht so viel Spaß. Oh, es gibt wieder was. Es gibt wieder was. Ich nehme es. Okay. Ja. Nein. Äh, hallo? Ja. Dankeschön. So, dann haben wir das. Dann haben wir das. Dann haben wir hier nochmal genommen. Einen Tausender habe ich wieder. Äh, eine Million meine ich. Geht schnell, ey. Wenn das im echten Leben so leicht wäre, ne? Also das wäre... Oh, hier hast du mal eine Million. Ah, schön. Endlich kann ich mir wieder Fleisch leisten. Ach, Spaß. So schlimm ist es nicht. Ich glaube, wir haben alles, oder? Gegen den Typen können wir nicht nochmal kämpfen, weil wegen... Ach, ne. Geht. Geht wieder. Gucken wir mal. Ja, jetzt habe ich verloren. Jetzt habe ich verloren. Ja. War ja klar. Puh. Gut. Aber ansonsten haben wir alles soweit. So ziemlich. Denke ich. So heute. Ich werde jetzt die Flimmerkiste ordentlich klicken und das laufen lassen. Und ich habe ja letzte Woche angefangen wieder zu streamen. Und ich habe auch für diese Woche Videos vorbereitet. und zwar für Dienstag und Donnerstag, da gibt es mal wieder Rocket League Videos mit Miss Pinky und einem ihrer Zuschauer. Akame, wenn ich das richtig im Kopf habe, hieß der glaube ich im Spiel, in einem seiner vielen Accounts, weil er dementsprechend immer sich anpasst zu denen, mit denen er gerade spielt. Ähm, war mega lustig, das war aus einem ihrer Livestreams, ja, ich mache jetzt Werbung für Pinky, ich weiß. Die hat angefangen jetzt bei Twitch zu streamen. Ich werde hier in diesem Video auch schon mal einen Link reinhauen von ihrem Twitch-Kanal. Denn, äh, es lohnt sich. Sie ist super lustig, sehr unterhaltsam, ist allerdings ab 18. Na, also sie hat das auch anmarkiert, es ist ab 18, weil die Zweideutigkeit, diese... Ihr werdet das herausfinden, wenn ihr immer drin seid. Ist super, ich hoffe, wir lesen uns dort, ja, mal, ne? Macht's gut, tschüss!